Herr Wagner, wie konnte es passieren, dass die Aktivitäten der NSU für über zehn Jahre unentdeckt geblieben sind? Das Kardinalproblem liegt eigentlich an zwei Stellen. Die erste ist, dass die Jena-Gruppe nicht aktiv aufgespürt wurde nach ihrem Untertauchen 1998. Da hat alles geschleift. Der Staat hat die entsprechenden notwendigen polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Schritte nicht unternommen. Er hat das zugelassen, dass sie im Untergrund verbleiben konnten. Es hat für alle Kenner der Szene totale Irritation seinerzeit ausgelöst, dass nichts passierte. Und ein zweites Problem besteht darin, dass die zuständigen Ermittlungsbehörden in Bund und Ländern, da waren eine Vielzahl von Dienststellen befasst mit dem Thema der Mordserie. Es war ja schon relativ frühzeitig klar durch die gleich verwendete Waffe, dass dort eine Serie vorliegt, dass man die Assoziation nicht zum Tragen brachte, ermittlungstechnisch, ermittlungseitig, um einen rassistischen, rechtsextremen Hintergrund anzunehmen und dieser Verdachtslage, dieser Spurenlage nachging. Es werden dafür natürlich am allermeisten die strukturellen Defizite ins Feld geführt, dass eben der Verfassungsschutz überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Welche Defizite sehen Sie genau? Na, wenn man es bei Lichte betrachtet, ist das eigentlich für mich persönlich Veranlassung zu sagen, der Verfassungsschutz in der heutigen Fasson, wie er bekannt ist, muss abgeschafft werden, beziehungsweise dringlich neu kreiert werden. Das heißt also, wenn man schon sagt, und dafür stehe ich eigentlich auch, dass ein Nachrichtendienst zur Kriminalitätsbekämpfung, auch politischer Kriminalitätsbekämpfung erforderlich ist, muss das völlig auf andere und neue Füße gestellt werden und kann nicht so weiterlaufen wie bisher. Das heißt also, auswechseln des gesamten Führungspersonals, neu einwerben von Personal. Das heißt, sicherlich müsste man nicht alle entlassen, das ist ganz klar. Aber Neueinwerben des Personals, also Neuaufbau von Nachrichtendiensten und Entschlackung von bestimmten Sichtmustern und Führungsprinzipien, das ist dringlich notwendig. Eine andere Art von Kontrolle muss her. Das heißt also auch, die Bindung an Strafverfahren würde ich bevorzugen, dass das umgesetzt wird, also nicht einfach einen Geheimdienst laufen lassen, dass er also selbst noch Leute aufbaut, die in der Szene Aufbauarbeit leisten und auch noch ausstattet und noch geltlich ausrüstet und ähnliche Merkwürdigkeiten mehr. Also das kann alles so nicht mehr weitergehen. Sie beschäftigen sich seit 30 Jahren mit dem Rechtsextremismus in Deutschland. Was muss geschehen, damit diese Strukturen aufgebrochen werden? Was fehlt momentan, ist eine Linie, die in zwei Richtungen geht. Das ist einmal die Perspektive der Opfer zu stärken, das heißt also die Frage der Opferhilfe, aber auch der Diskussion, der öffentlichen Diskussion aus der Perspektive der Opfer nach vorne zu bringen. Und eine zweite große Linie, die ich sehe, ist stärker zu aktivieren. Das ist die Linie der Deradikalisierung, so würde ich die mal umreißen. Das heißt, Möglichkeiten zu erschließen, um aktiv zu intervenieren im rechtsextremen Feld selbst. Das heißt, Leute anzusprechen und sie in ihrem rassistischen, in ihrem völkischen, in ihrem nationalsozialistischen Denken aufzustöbern und zu attackieren und ihnen aber auch gleichzeitig Möglichkeiten zu geben, sich damit auseinanderzusetzen und wenn sie dann zu anderen Einsichten kommen, auch dort wegzugehen.